Wenn ich ehrlich bin... Kann man da noch was bewegen? Ne, ne? Ne. Wir müssten da irgendwie so... ... diesen Schwung schaffen. Das ist gar nicht so leicht. Das ist gar nicht so leicht. Na, los. Da diesen Schwung zu schaffen. Los, los. Brechheit. Okay, okay, okay. Das war der Satz mit X. Das war... Nix. So. Nein, das auch nicht. Da kann ich aber wirklich nichts anklicken oder so. Auch da nicht. Vielleicht. Vielleicht... Ah, nein. Ne. Das ist jetzt echt gar nicht so leicht. Ich verzweifle ja manchmal schon gerne an manchen Spielen, aber... Okay. Was denn wir es gehabt? Fast. Nein! Okay. Vielleicht tut es auch weniger Schwung. Ne, versteht, wie ich das meine. Oh! Okay. 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 Das Spiel ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Es ist leicht knifflig. Leicht ist gut. Ich sehe es jetzt schon kommen. Folge... Keine Ahnung. Folge 26. Und wir sind immer noch nicht durch. Das Spiel geht eigentlich wirklich nicht sehr lange. Kommt eben auch drauf an, wie man... Dich anstrengt. Oder besser gesagt, wie man selber vorankommt. Das ist natürlich auch so eine Sache für sich. Oh! Da wird dann sowas an. Juhu! Glückssache. Keine... Glückssache. Und eine kleine Schwunsache auch noch. Das war nichts. Okay, okay. Das war auch nichts. Sekunde. Ich muss kurz husten. So. Da bin ich wieder. Ich weiß gar nicht, ob ich es rausschneide. Wahrscheinlich eher nicht. Hallo. Ja! Ja! Yes! Ja! Sink! Okay. Ah! Okay. Okay, okay, okay. Timing Sache. Ähm. Klappe zu. Okay. Die Sachen sind jetzt wieder ein bisschen lockerer. Zu früh. Zu früh, zu früh, zu früh. Und... Und... Jeho. Ah! Okay. Ich hatte nicht gesehen, dass das... Aber innen drin anders ist. Okay, gut. Ähm, Schieber werden benutzt, um Dinge anzustoßen. Schieber? Ah! Unmenig Zeit. Ah! Okay. Das bringt uns jetzt recht wenig. Ah! Ah! Okay, warte. Zwei Köpfe sind besser als einer. Nee. Ah! Ah! Kann ich die beiden steuern? Okay. Hoch. Runter. Zack. Okay. Das geht jetzt im Moment so ein bisschen eigentlich. Ah, oh. Okay. Ich glaube zum Thema, das geht. Das mal runter. Das mal hoch. Und das mal so. Und dann... haben wir das. Und das. 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 Und... Das. Dann klappt das auch. Und die zwei Spanner. bringt die Kuchen zu jedem Ausgang. Einmal. Eins. Okay. Zwei. Oh. Das ist nicht gut. Ja, die rollt jetzt nochmal da rein. Oder geht sie zurück? Weg sich gar nicht mehr. Ah, jetzt. Okay. Okay. Zu jedem Ausgang. Okay, da waren wir schon. Ja, ja. Alles gut. Alles gut. Zack. 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 Nein. Oh, Mist. Oh, was? Die geht da... Oh. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Nein. Nein. Das geht dann wieder... Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Okay. 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 Alles gut. Ich hab's verstanden. Machen wir erstmal das dicht. Dann machen wir das dicht. Zack. So. Dann. Zack. Dann. Zack. Dann. Zack. So. Dann. Zack. Okay. Anfang ist leicht. Beharen. Eine Kunst. Anfang ist leicht. So. Wo ist die Kugel? Da. So. Ah. Hallo, Kugel. Okay. Dann. Das wieder vor. Und... Ach, da komm ich gar nicht so weit vor. Okay. Dann so. Und dann so. Und dann so. Und... So. Okay. Wir schaffen's. Wir schaffen's. Wir schaffen's. Wir schaffen's. Erst reden. Dann wagen. Oh. Ich verstehe. Okay. Okay. Okay, okay. Wir brauchen das richtige Timing. Nein, das war das falsche Timing. Nein, schon wieder das falsche Timing. Ist es so? Boah, okay. Nein. Okay, wir kriegen das hin. Ich verzweifle. Bestimmt irgendwann, aber wir kriegen das wieder hin. Na, wir müssen so ein bisschen... Ich weiß nicht, wenn sie vielleicht hier ist. Ah, das war wieder zu spät. Okay. Halt vielleicht einfach mal... Ah, zu früh. Die Kugel im Blick. Ah, okay. Die Idee war... Und die Kette, die hilft uns auch ein bisschen. Okay. Ja! Bau eine Brücke mit den Blöcken. Okay, wir bauen eine Brücke mit den Blöcken. Die Brücke ist fertig. Lass die Kugel rollen. Okay. Ich bin jetzt gerade ein bisschen. Oh. Okay. Ich bin jetzt erstmal... Versagen. Beim Planen ist Planen zu versagen. Ja, die Sprüche sind schon echt... Genial auf jeden Fall. Ähm, okay. 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 Ah, okay. 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 Sie haben einen Gegenstand in Ihrem Inventar. Danke. Für was auch immer. Okay. Oh, oh. Okay, wir müssen gucken. Das war das falsche Teil. Das wäre was... Ja, das wäre das Richtige gewesen. Und das noch dazu. Und jetzt das. Oh, nee. Ich dachte, wir müssen da rein. Okay, war richtig. Ein Ziel ohne Planen ist nichts als ein Wunsch. Ja. Ziel ohne Planen ist immer so eine Sache. Okay, das habe ich jetzt wieder vermaffelt. Das aber ist eigentlich klar. Das hier da rein und das hier da rein. Los. Schneller. 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 Und noch einmal rum. Und los geht's. Hui. Okay. Okay. Wo müssen wir hin? Wenn wir hier was zu machen? Ach, da ist... Oh, okay. Oh, nee. Ist das so eine Timing-Sache? Oh Gott, oh Gott. 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 Ob das klappt? I don't know. Nein, das klappt nicht. Okay. Wir müssen also... Nee, wir müssen warten bis... Das bringt nichts. Wir müssen das Timing richtig abpassen. Obwohl... Ja, super. Timing und Technik hat es auf jeden Fall mal besser geklappt als vorhin. Ja, bloß jetzt war es zu früh. Knifflig, knifflig. Aber cool. Finde ich cool. Echt. Das Spiel ist super. Ah, wieder zu früh. Tschüss. Ich lese. Ich lese. didSuret. Ich lese. Ich lese.